Christiano, können wir vielleicht kurz reden? Also gut, es geht um die Gehälter. Was ist mit denen? Oh, kriegen wir eine Gehaltserhöhung? Spinnst du? Entschuldigung. Darüber wollte ich doch genau mit dir reden. Gehalt wird nächstes Jahr nämlich weniger. Was? Warum? So geht das doch nicht. Klar, keine Champions League bedeutet für euch Spieler natürlich auch weniger Kohle. Also, das ist ja wohl eine bodendose Frechheit. Wie viel weniger? 25 Prozent für jeden Spieler. Okay, ihr wollt mir also sagen, ihr klaut mir von nun an 6 Millionen Euro pro Jahr? Erstens klauen wir dir gar nichts und zweitens mal hast du doch eh mehr als genug. Na gut, mit der Einstellung brauchst du dich dann nicht wundern, wenn die besten Spieler im Sommer dann abhauen. Ohne Champions League hat hier einfach niemand Bock, dann auch noch für weniger Kohle zu spielen. Und das auch völlig zu Recht. Und in der Liga haben wir so auch wieder keine Chance auf den Titel. Macht ja nichts, United. Du hast ja eh schon genug. Ah, na, tusch es, Christiano. Touché. Ihr wollt mir also sagen, CR7 ist zu haben. Söööööööööööööö und guckt auch gerne noch dieses Video hier. Ciao. Daumen hoch und schickt euch gern noch das Video hier ab. Ciao.